Hallo mein Lieber und herzlich willkommen hier ist wieder euer Heinz. Wie ihr seht will ich mich mal wieder mal wieder versuchen, mal wieder versuchen hier in Blenzweißes Zombie-Gordon-Warfare 2 oder Pflanzen gegen Zombies-Gordon-Krieg 2 oder wie das dann immer heißen soll. Ja, heute habe ich gewinnt, der das besser bringt. Ich muss hier mit meinem Controller schon sehen, wie ich klar komme. Wir müssen auch noch mal gucken, ob das hier mit der Kamera passt. So, zurück. Wir wollen jetzt nichts anzeigen. Wo ist die eigentlich hinschieben? Was verbleibende Zeit? Zwei Tage. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe gar nichts gemacht, habe ich? Hä? Ich sehe hier nicht mehr durch. Kamera-Bild kommen wir vielleicht. Keine Ahnung. Oben in der Ecke. Mal unten, die Herzl, die Anzeige. Ich schiebe es mal hoch. Mal gucken, wo es... Wir gucken mal, wo es am besten ist. Wir machen das mal hier oben hin. Tja. Feste nachholen und feste nachholen. Und da gucken wir mal. Tja, was müssen wir denn heute machen? Ich muss hier mal gucken, jetzt hat er hier wieder. Also jetzt ist es andersrum. Ach nee, dass wir schießen. So rum. Wo war denn die Garage? Weiß ja, nicht. Wir gehen mal zum Dave-Bot. Mal gucken, was er in. So, der Dave-Bot. Was haben wir denn hier? Oh Gott, die Flagge der Macht, du, die Flagge der Macht, Schwierigkeitsgrad, normal, ja, schwer, beruhigt, einfach, normal, ne, wir machen einfach, wie gesagt, ich übe ja noch, wer das nicht will, macht das Video im Witz, aber es, so, Auftrag, starten, Aus den Geheimblanen Schuhen geht Daves neue Idee herum, eine Flagge unvorstellbar macht, aus einer alten Hose zu basteln, aha, diese Flagge können Armeen noch mächtiger machen und ihnen einen unglaublichen Kampfvorteil verschaffen, du wurdest aus einer eilenlangen Liste von Möchtegern-Leaf-Agenten ausgewählt, um die Flagge zu testen, Hmm, Debbie Dave will, hier, ne, will herausfinden, wie mächtig die Flagge sein hat, stelle sie in der Mitte des Felds auf, Dave wird 3000 analysiert, die Daten aus sicherer Distanz, ne, da, so, oh Gott, die Flagge der Macht, Prost, schnimm noch ein Schluck Kaffee, So, öffne meine Freundschafts-Nachschubkiste, wo ist denn bitte eine Freundschafts-Nachschubkiste? So, jetzt müssen wir, was was muss man jetzt, was bleibt mit den Blumentäpfchen? Ach, Pflanze ziehen könnte man hier, Was nehmen wirmern, einen Spucker? Mg-Erbse, mg-Erbse hier, nein? Bumm! Hehe, hehehe, hehehe, ha, ha, hehehe, ha, he, crazy, na, hey, ha. Ah, ha, hezę, ha, hehehe, ha. Heitz und Böden, Put, not good, Heah, kann man hier, ohne Pflänzchen hinbauen, ja eine mg erbse was haben wir denn noch so ach das haben wir noch nicht das ist im finstern ja wo müssen wir eigentlich hin ach dort zur kiste sollte man ja gehen nicht zur kiste ja wie gesagt mit der steuerung ich muss ja das ist für mich völlig so was machen wir jetzt sind wir noch an der kiste wie soll ich denn die öffnen ach da kann man springen ich dachte wir sollen zu der kiste jetzt sind wir bei der kiste und nun hä ist jetzt nicht ganz wir sind doch jetzt richtig kiste auf unvollständig wieso steht den öffnen ach so das hat man ja gleich haben den mensch da können wir ein stück zurückgehen hier da trifft sein mensch das hätten wir ja gleich haben jetzt so freunde haltet ausschau nach mir aber was haben wir jetzt menschen gehen mit cowboyhut mit cowboyhut hoch mit der flagge wo müssen wir jetzt hin wo ist nun die flagge ich sehe sie ja gar nicht wo müssen wir jetzt hin ziel ach da ist ziel so du weißt es schon nicht müssen wir hier außen rum oder hier zum ziel ziel aha warte mal da müssen wir hier mal so hat er das umgestellt da muss ich mit links muss ich was machen wir jetzt mit der flange hoch mit der flagge flagge der macht die flagge wird was wird die flagge nicht verteidigt fällt sie und du verlierst bricht nachschubkisten auf um kai helfer zu erhalten lagge unvorstellbar macht aktivieren wo sind hier zum büßig wo sind hier zum büßig und zum büßig und zum büßig schossen und noch mehr ver BEAUF ach ne die flagge sind äh was macht er denn wieso schießt der denn ich weiß'n du hä So kannst du zielen. Aha. Auftrag verfehlt. Ach du Schein. Oh Gott. Also wie gesagt, ich muss hier. Aber irgendwo könnte man da mit Optionen. Jetzt müssen wir nochmal von vorne einfallen oder was? Jetzt haben wir das gar nicht geschafft. Das ist ja beinlich. Da haben wir nicht schon ein Fleisch gestellt. Irgendwo könnte man da das einstellen. Optionen. Optionen. Hier hat er irgendwas. Controllervibration ein. Vertikalblick. Umgekehrt. Ne, wir machen das mal wieder normal. Umgekehrt. Normal. So. Rück. Rück. Gucken wir mal. Das ist nach oben wieder nach oben. Nach unten. Unten. So. Jetzt müssen wir das noch einmal machen. Jetzt haben wir die Flagge gar nicht verteidigt. No. Der Marsch. Mein Davebot angeknüpft. So kann man es hier. Abfall beseitigen. Was denn? Abfall beseitigen. Wo müssen wir Abfall beseitigen? Ne? Verstehe es nicht. So. Wir gehen nochmal zum Davebot. So. Begrüßung. Schon wieder. Ja. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Mit öffnen Arten. Bim. So. Die Flagge der Macht. Da haben wir noch schon auf Einfach. Und wir haben es vergorkt. Hammer. Du liebe Güte. Das kann ja was werden. Die Auftragsstatten. Ja. Wissen wir. Ja. Hammer. Bum. Bam. Ja. Nunu. Alles klar. Oh weia. Oh weia. Das kann was werden hier. Ich muss mit der Brille auch ran. Ja. Sonst wird es nicht. Ich muss die andere aufsetzen. Kann ich vielleicht da hin. Hm. Muss mal. Wir wechseln mal hier. Wie gesagt. Das ist ja nun. Ein bisschen. Stell dir vor. Ich muss mal hier so ein anderes Ballerspiel spielen. Das. So. Mal gucken. Ob das besser geht. Jetzt kann ich mich ein bisschen hinten anlehnen. So. Wir können ja erst einmal hier. Pflänzen. So. Pflanze ziehen. Ach. Wir haben ja bloß noch zwei Daufen. Oder? Oh Gott. Wir nehmen hier mal. So. Hier machen wir Öl. Vorsichtshalber. Ich weiß jetzt nicht. Pflanze ziehen. Ach. Äh. Den haben wir noch. Ne. So was. Wo setzen wir hier mal eine Sonnenblümchen? Was machen die? Wo kommt denn der her? Geht das schon los? Wie ist denn das schon los? Hier kann man ranzoomen Und so kann man drehen Wussten wir jetzt die Flagge nur noch mal machen? Ne, ich verstehe Ach, dort haben wir jetzt nochmal die Kiste So, die Kiste sollten wir aufmachen So, ich habe nicht ausschauen, noch mehr Kisten So, noch mehr Kisten Wo haben wir denn noch mehr Kisten? Können wir mal springen? Ah, ich kann nicht mal rennen So, mehr Kisten Hier haben wir gar nicht noch mehr Kisten Was sind denn noch mehr Kisten hier? Er hat gesagt, wir sollen noch mehr Kisten ausschauen Hier ist ein kaputtes Auto Was qualen wir hier herum noch? Ist hier eine Rakete abgestürzt? Mit Schneeforms Hat ich Schneeforms Öh, Blümendeppel, was ich noch pflanzen könnte Hoch mit der Flagge Ach so, ich muss ja gedrückt Halt wieder So Flagge unvorstellbar Macht aktivieren Das ist abgeschlossen So, nun Ach ja Jetzt geht das hier Jetzt So Mach mal hier Erbsen Die Silberm Durchsilberm Wo sind sie denn nun, die Feinde Dort hinten Komm sie Ich muss hier gar nicht Ich schieße einfach mal Hey, so Jetzt komme ich schon wieder so Eimeridiot Komm jetzt noch mehr Hier können wir noch eine Pflanze Hier können wir noch eine Pflanze Hier können wir noch eine Pflanze Ziehen Na, einen So Haben wir noch Na, einen So Haben wir noch Also Ist das Höchstlich Wo die schlachten Werden Was Was haben wir denn jetzt hier Ein Pfeil Oh, ich sehe gar nicht mehr Wo sind wir denn Rennen Ich irgendwo Hey, was ist denn das Ich sehe gar nicht mehr Ich sehe gar nicht mehr durch Oh, schon wieder Aufdruck Verfehlt Das gibt es doch gar nicht Menschenskinder Ach, das kann doch nicht wahr sein Nein, du Da kann man ja ewig spielen In dem Spiel hier So doof wie ich mich anstelle Du, das gibt es ja gar nicht Hier, letzter Versuch Ich weiß es nicht Ich komme hier eben Ohne nicht Dass wir dann rüber Und rüber Und Ja, ja, ja Klack in der Macht So Nun, nun, klack Ja, wissen wir alles Haben wir alles Unterhose Und los geht's So Mensch, das gibt es doch gar nicht So doof kann man sich doch gar nicht anstellen So So Jetzt haben wir hier keine Pflanzen mehr, oder? Pflanzen ziehen Ich habe ja nichts mehr Jetzt sind sie alle, alle Na, jetzt wird's ja lustig Wie kriegt man nur einen Richtig ist der Wie kriegt man nur neue Pflanzen? Zurück Wie kriegt man denn nur neue Pflanzen? Jetzt haben wir ja auch keine Hm, jetzt haben wir keine Pflanzen mehr Ist ja jetzt schlecht Wie kriegt man die? Ich habe kein Bis ich hier gezielt habe Ist das Ist das eh alles vorbei Ja, ich halte mal Ich halte mal Ich halte mal Hier gibt's ja keine mehr Mensch So Jetzt haben wir keine Pflanzen Ich weiß nicht, wie ich das machen soll So Jetzt haben wir das wieder mit der Flagge Sehr Ja, 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 ja Bla, 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 bla Macht mit der Flagge Ach so, ne Ja gut Da kommt ja mal Ich weiß nicht Wie die Gesichter hin Ich halte mal Ich halte mal Also Leute, das ist Das krieg ich nicht hin Ich bin so blöde dazu Das wird ja gar nicht Das kann ja gar nicht sein Mensch, das Kinder Das gibt's ja gar nicht Also ehrlich Wie kann denn so doof sein, Mensch? So kannst du da auch laufen So geht das auch Also vielleicht Keine Ahnung Ja Jetzt musst du doch woanders rum machen Kann ich auch nicht benutzen Was soll ich denn die benutzen? Ach so Zum rüberschießen Das ist auch toll Das ist ja gar nicht Okay Keine Ahnung Das ist ja gar nicht Da muss einer Flacke her, der Eimer. So. Wo kommen die alle her? Wir müssen wieder im Garten. Das kann doch nicht. Wir können das nur erstmal ohne Aufgaben üben. Ich sehe das schon. Abgeschlossen. Was? Abgeschossen. Von einem Zombie abgeschossen. Ach du meine Güte. Ich schaff das nicht. Das gibt es doch gar nicht. Meine Fresse. Das gibt es doch nicht. Da bin ich doch Erbsenwerfen. Wollen wir noch einmal gucken, ob ich das doch noch einmal rumdrehe. Optionen. Vertikal Blick. Gehört. Ich bin doch besser geworden. Mal gucken. Ich weiß es doch nicht. So. Mal bis nach hoch. Ich habe keine Ahnung. Kein Plan hier. Wo sind wir denn hier eigentlich? Mal gucken mal. Ich habe keine Ahnung. Wir laufen einfach mal ein bisschen. Ich muss das wirklich. Weil ich komme mit dieser Steuerung. Was haben wir hier? Was? Was? Mit Angsthasenpilz sprechen. Ah, was hat er denn? Der Angsthasenpilz. Was will er denn? Debbie Dave hat mich gebeten, diesen Ort zu bewachen. Na sowas. Es lief ganz gut, aber dann taucht ein Haufen Kommandosoldaten auf. Oh, ich wollte sie abschießen, aber dann habe ich Angst bekommen. Hilf mir, sie zu bescheinigen, Debbie Dave. Ich will nämlich nicht enttäuschen. Ach, jetzt müssen wir wieder was los machen, um Gottes Willen. So, wo sind die jetzt? Ja, wo sind die denn? Jetzt geht es wieder hin. Das sage mal, ich komme nicht klar mit der Steuerung. Das geht doch gar nicht. Der ist weg. Jetzt haben wir noch einen. Wo steht der denn? Ich sehe ihn immer noch schießen. Wir haben erst eh ihn abgeschossen. Ich bin ja heute gleich wieder tot, so wie es aussieht. Gleich haben wir das wieder vergeigt hier. Weil wo sind die denn, Menschen, Skinder? Ich sehe die nicht. Das geht mir zu schnell. Alles kaputt gemacht. Das haben wir schon wieder die Aufgabe verkehrt. Oh Gott. Jetzt haben wir die schon wieder vergeigt. Ach, naja. Das wird so nix richtig. Ich sehe schon. Da haben wir schon wieder alles vergeigt. Haben wir schon wieder. Warum kriegst du denn das nicht hin, Menschen, Skinder? Das kann doch so schwer gar nicht sein. Ich möchte mal irgendein Ballerspiel spielen. Das würde ich ja verzweifeln. Dann würde ich ja da. Das ist echt schraub. Keine Ahnung. Bing! Wir können besser ein bissel üben. Ist das so. Das ist schlimm. Ist das schlimm. Das gibt es nicht. Das gibt es gar nicht. Das ist so. Also. Zielen. Aber das schlimm ist, wenn dann so viele kommen. Das enden. Den enden kriegst du ja immer noch. Denkst du, Puppe. Na, wo denn du? Also sag, der Mann. Das geht doch gar nicht. Das geht nicht. Das Spiel geht nicht. Das bringe ich nicht. Das weiß ich nicht, wie die das machen. Jetzt sagen wir das mal. Aber wie lange man braucht Menschen's Kinder. Das ist ja unfässlich. Ist das unfässlich. Gruppenanführer bin ich auch noch. Das darfst du ja gar keinem erzählen. Müssen wir mal gucken. Ich weiß ja gar nicht, wo ihn überhaupt hat. Okay, wir sind jetzt. Alarm. Oh! Der 2 wird schleppen, hab's schon geholfen. Kommt ihr denn alle her, hier? Ich weiß mal, wer ist denn das hier mit diesem Blitz? Oh, ich bin schon wieder was mit Flaggenschlag, mit Flaggenschlag, das ist so nicht zu fassen, wisst ihr was meine Liebe, ich würde sagen, das mache ich an der Stelle erstmal Schluss, können wir uns eigentlich nach Hause, nach Hause spawnen, das kannst du gar nicht, was denn du, wieso kannst du nicht nach Hause? Wo ist denn mein Zuhause? Müssen wir die erst alle abknallen, ja? Flaggenzombie, das ist ja vielleicht beilig, ja? Flaggenzombie Das gibt es ja gar nicht War hier die Zeitungzombie? Haha 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 Ich sehe die mir abbranche Ach ne, das war... Ich hab nur so 10 Leben, das hat sich gleich wieder erledigt. Das hat sich ja gleich wieder erledigt, Junge. Woher schießt denn hier, woher schießt denn hier, einer der tot? Abgeschossen. Was kann man denn, Spielcharakter wechseln? Was haben wir noch? Kann doch gar nicht wechseln. Ah, die Sonnenblume kannst du noch nehmen. Mit der Sonnenblume, du toll, du. Aussehen, man kann die Sonnenblume oder das Aussehen verändern. Accessoires. Hüte. Keine Hüte. Aha. Accessoires. Keine. Na sowas. Zurück, zurück, zurück. Anpassung, drehen. Wo ist ein R? Hä? Was ist denn das? Nee. Auftragsinfo, R2. Komm. DevBot 3000. Hä? Wie komm ich noch zurück? Teams wechseln. Ah. Wie komm ich jetzt wieder raus? Hier? Wie komm ich jetzt wieder raus? Anpassung, Auftragsinfo. L1, Forscher, Rosi. Nee. Was ist denn das jetzt wieder? Gib mir hier meine Kanone. Oh, den nimmer. Bumm. So. Hä? Na sag mal, wie komm ich denn wieder raus hier? Aussehen gestern, Speicherkorten, Wissfähigkeiten, Gesten. Speichercharakter, Spielcharakterverbesserung. Ich steh ja nicht mehr durch Teams wechseln. Und wie komm ich denn nun wieder raus aus dem ganzen Quatsch? Ne? Ja, Auftragsinfo. Nee, das ist doch alles gut und schön. Und wie kommt man nun wieder raus aus dem Müll hier? Hä? Das versteh ich jetzt nicht. Teams wechseln. Ja und? Musst du aber irgendwo, verdammt ich, nochmal wieder zurückkommen? Hä? Ach, die mit ihrem Quatsch. Ich will hier nichts speichern. Videoclip gespeichert, Mensch. Ne, wir machen erstmal Schluss, Leute. Ich hab schon wieder, das reicht für heute. Haha. Ich bin wieder völlig nervös. Ja. Muss mal gucken, wie ich schon wieder aus dem Zeug rauskomme. Keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach das Spiel beenden. Ja, hoffe, hat ein bisschen Spaß gemacht. Stell mich halt immer durchbläder dabei an. Wie gesagt, kann nur üben, üben, üben. Naja, soll ja auch ein bisschen geile Video zwischendurch sein. Haha. Also dann, meine Lieben, danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. oder tschüss! Tschüss. Vielen Dank.